Hallo Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, heute style ich meinem Vater um, da er 24 Stunden einen Anzug trägt, Leute. Ohne Witz, 365 Tage im Jahr, also jeden Tag, Leute, hat mein Vater einen Anzug an und sein ganzer Klamotten-Schrank, Leute, besteht nur aus Anzügen. Ich hatte das ja mal mit meinem Bruder gemacht, Freunde, guck. Und jetzt habe ich mir überlegt, ey komm, heute ist ja sowieso ein besonderer Tag. Machst du das mal mit deinem Vater? Oh Freunde, noch mal ganz kurz, ihr müsst euch unbedingt das Video von gestern anschauen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Freunde, ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt. Ich habe meine Familie hier gelassen gehabt, ich habe meine Freunde hier gelassen gehabt und ich hatte damals zu der Zeit noch meine Ex-Freundin quasi hier gelassen gehabt, Leute. Auf jeden Fall habe ich für euch das Video unten in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde, ganz, ganz oben. Allererst einen Link, schaut dieses Video zu Ende und danach schaut euch unbedingt dieses andere Video an. Ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Und ich würde sagen, fangen wir an. Ich habe schon ein paar Sachen hier ausgesucht, was mein Daddy anziehen kann, ob er es überhaupt anziehen wird. Gehen wir mal runter, Leute. Dad! Das ist echt... Was geht ab? Sag mal Hallo. Na, hallo. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, das ist das. Was ist das? Nein, das ist das. Nein, das ist das. Das ist das. Leute, das hat immer Anzug an. Das zieht einfach nichts anderes an. Das ist das. Leute, ich habe ihn hier überredet. Er zieht das jetzt an und ich bin so gespannt, wie das aussieht. Was ist das? Das ist das. Ich glaube, mein Vater hat noch nie einen Hoodie an, Freunde. Ja, Freunde, auf jeden Fall zieht mein Vater gerade die Hose an. Ohne Witz, ich muss dazu selber noch sagen, ich habe ihn selbst noch nie in was anderes gesehen, außer in seinen Anzügen und ich bin selber so gespannt, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Peace. Leute, mein Vater ist fertig. Ey, schaut euch das an. Das sieht so übersick aus, Alter. Oh mein Gott, Leute. Und der Pullover aus meiner Kollektion. Oh, das sieht so heftig aus. Leute, mein Vater in meinem Hoodie dazu. Das Shirt hier. Leute, meine Kollektion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ne? Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und, Leute, heute um 19 Uhr kommt meine Kollektion online. Link ist unten in der Videobeschreibung zu der Seite, Leute. Und erst ab 19 Uhr ist alles verfügbar. Wow, das sieht so heftig aus. Mein Vater mit Yeezys. Geil, Leute. Freunde, bevor ich es vergesse, ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und habe zu euch jetzt das hier nochmal gesehen. Leute, ich bin im Screenshot-Magazin. Ich finde sowas wirklich mega, mega geil, weil vor allem früher, als ich noch klein war, habe ich immer von sowas geträumt, habe immer die Fußballspieler da drin gesehen, die Sänger und alles. Und, Leute, heute bin ich einfach da drin. Leute, das ist so mega geil. Das ist überall erhältlich, auch in Österreich und Schweiz. Ich bin am überlegen, ob ich mir irgendwie die zwei Seiten von mir rausreiße und mir die einfach aufhänge, ehrlich. Ich finde das wirklich mega cool. Und ja, Leute, wir sehen uns dann bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Tschüss! blue sm curator r bl i